Britney Spears versucht sich mal wieder als Schauspielerin in einer TV-Serie. Britney wird eine Gastrolle in der neuen Hit-Serie Jane the Virgin übernehmen. Und zwar nicht nur in einer, sondern in mehreren Episoden. Jane the Virgin läuft immer montags auf Six. Der Spanier Fuella ist Model, Schauspieler, Moderator und Sänger. Und in seiner Heimat sehr erfolgreich. Mit seiner neuen Single Blaming You will er jetzt auch den Rest von Europa erobern. Geht gut in die Beine die Nummer, könnte also klappen. Das mit dem Hit in ganz Europa. My heart can't take it no more, in a state of reward for sure.